hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge von let's play minecraft enemy hi ich bin auch da und ich freue mich dass ich da bin ich bin nämlich der black und ich mut mich direkt genau ich auch okay so das heißt wir wollen hier das hier da fehlt uns was fehlt uns da was fehlt uns da alle wenn uns jetzt hier der close zone fehlt ich krieg es gottzen ähm, fehlt uns jetzt wirklich der close zone dafür? das wäre echt bitter nee okay, oh, ich dachte schon mal oh man nimmt das manchmal nicht mit rein, das ist komisch ja, aber wir haben glaube ich jetzt soweit alles, was wir brauchen dafür um das jetpack wieder auszubauen ähm, ja, das ist bitter, ist halt richtig bitter, ich hab mich auf deutlich mehr sachen vorbereitet müssen wir sehen, wie wir das machen, weiß ich nicht, badbox, zack okay, da haben wir das electric jetpack, haben wir da zumindest schon mal am start okay, gut, dann laden wir das auf okay, dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen was ähm, verfehlen ähm ähm ja, das ist halt schon wieder energielos, alle ähm, ja, das ist halt behindert ähm, ja, das ist halt behindert ähm, wir kriegen das ME-System und dann nicht, ähm, mit genügend Leistung befeuert das ist ein Problem das ist ein Problem, ähm ja, no, no dann können wir froh sein, dass wir das hier machen, ähm ja, der jetpack ist auf jeden Fall schon mal wieder voll, das ist schon mal gut ähm, ja, ansonsten, ähm, das hier ähm, Rubin und noch ein chestplate haben wir noch ein schwert mit knockback fire aspect ähm, wo wir unser erstes schwert sogar wieder hatten, ähm, ja ähm, olivin oli weiß ich nicht, ähm plate ähm, ne, warte mal stu ähm, warte mal rubin rubin rubi das müssen wir doch hinbekommen hier so zack, einfach ein bisschen craften hier, zack ok die haben jetzt hier natürlich auch gar nix drauf irgendwie ähm, essen ist natürlich auch futsch haben wir überhaupt noch was zu essen irgendwo da oh ha ähm, ja, es ist dunkel da geh ich mal lieber nicht raus ist natürlich abgefuckt ja, die aufnahme, ähm, bisher noch gar nix geschafft, der reicht, das ist halt natürlich super wir haben ein baked potato noch ein paar Äpfel warte mal wir machen mal eine Aktion Gold Apple so ok damit haben wir schon mal 2 Gold Töpfel ok gut dann ja so für den Notfall halt weiß nicht wahrscheinlich ich weiß auch warum es mich erledigt hat wahrscheinlich weil mir auch mein Equipment zerstört wurde das heißt wir versuchen jetzt schon immer noch hier irgendwie so ein Futter ranzubekommen hier ja alles noch nicht wirklich automatisiert das sieht man ja wir rennen hier auch gerade noch mit ja fehlen auf jeden Fall einige Sachen hier immer das ist natürlich behindert so nächste Folge ist auch wieder PvP werde ich ja dadurch dadurch dass ich hier bisher noch gar nichts geschafft habe werde ich die halt auch wieder locker safe verlieren so aber naja gut ist halt so ja ok gut wir werden versuchen als nächstes ähm ja das ist halt ja das ist halt so ne zack 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 ok ja ja was soll man dazu sagen halt ne so zack ähm hau das schnell nochmal in den Ofen rein zack ähm bräuchte ich noch ne Pickaxe wäre noch immer ganz nice ein Pickaxe oh ja haben wir sogar noch oh hier haben wir oh hier haben wir oh hier haben wir sogar noch eine von den Pickaxes ja ähm ja ähm ja ja ist kacke die ist natürlich richtig kacke so ähm ja jetzt momentan also wir könnten was wir trotzdem machen könnten in der Zwischenzeit wo der das Zeug brät ist zu sagen ok gut wir nehmen uns jetzt mal ähm ja ja sieht man ja also es hat einen closed down da mangelt es halt echt ja also das ist halt echt heftig so zack 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 und zack ok also das waren jetzt 16 Stück ne wir sind jetzt erstmal weg 16 Stück ok gut ähm ja jo also close down würde ich würde close down halt auf jeden Fall favorisieren ähm ähm wäre auf jeden Fall eine nice Sache glaube ich ähm wenn wir da nochmal ein bisschen mehr farmen würden davon und dann hoffe ich mal dass wir das in dieser Folge vielleicht noch abgeschlossen bekommen ähm ja gut jetzt haben wir 13 Toast das sollte erstmal reichen dann können wir zumindest auf jeden Fall unser Equipment das mal wiederholen denke ich mal also haben noch ein bisschen Knockback drauf auf der Waffe der Black ist nun noch gar nicht mit am Start der ist gar nicht hier momentan okay gut ähm ja wo ging es hin hier in diese Richtung ging das okay dann werden wir da einfach mal schnell lang gehen so so sind 600 Meter haben die jetzt haben die mich hier noch aggro die Dinger na geht die hier zumindest nicht äh ja muss man auf jeden Fall gleich aufpassen also enorm und höllig aufpassen die sagten ähm Gold Apfel hab ich noch mit greifen die mich an ne hier geht's scheinbar wenn die ähm durch die Erze halt angegriffen werden oder sowas in die Richtung dann denken die ich greif die an ich hab die nämlich eigentlich nicht angegriffen wär ja auch heftig ähm ja ähm es war halt auf jeden Fall halt die Kombination halt ne wahrscheinlich ist mir halt Equipment halt auch kaputt gegangen hab noch ähm gebrannt und ähm hab das halt auch durch die ähm durch die zwei Würferskelette halt auch gar nicht gesehen gehabt ja das war halt auf jeden Fall ist halt ärgerlich ne ja ist ärgerlich ja naja gut aber okay gut wir haben auf jeden Fall wir haben noch bisschen Zeit wir kriegen mal alles noch hin also wir machen mal hier eine kurze Zwischenlandung guck mal ja gut das Chat Pack das hält das hält okay so das heißt wir haben jetzt im Grunde genommen knappe 10 Minuten jetzt insgesamt verloren bisschen was an Items noch verloren ähm weil wir jetzt ein drittes Chat Pack insgesamt craften mussten und ähm ja wir werden versuchen jetzt in dieser Folge nochmal bisschen was an Closedown rauszubekommen an vermutlich hoffentlich sehr relativ sicheren Stellen natürlich erstmal wieder das Equipment halt zurückbekommen das wär was mal ne coole Sache und dann nochmal weitersehen also so am Festungseingang sind wir zumindest schon mal wieder gespawren das bisher dahingehend noch nicht wirklich viel schauen wir mal ob die ob der hier gleich Akku hat ja doch der hat Akku okay heftig okay gut jetzt wollen wir mal schauen was uns jetzt hier fehlt das hier brauche ich nicht das brauche ich nicht das brauche ich nicht brauche ich nicht das kann ich vielleicht gebrauchen okay ne weg damit Jetpack so weit Jetpack habe ich noch am Start okay ich bin die 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 okay da haben wir nicht das brauchen wir nicht unbedingt okay dann werden wir uns jetzt mal an eine relativicher always bare Stelle begeben und dann sind enorm viele Monster gespawnt gewesen das war Abfuck ohne Ende. Ah, hier ist ein Gas. Im Normalfall dürfte hier eigentlich nichts passieren, wenn ich mich jetzt hier...ja gut, okay. Das heißt, wir versuchen trotzdem noch mal unsere Strategie, zumindest ein paar Level noch zu formen. Zack, 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 zack. Problem ist halt, das nächste Folge ist halt die PvP-Folge. Das heißt, wir würden dann natürlich auch die XP wieder hergeben, natürlich ganz schön behindert. Und wir warten, oder wir farmen die PvP-Folge, oder wir farmen die ersten fünf Minuten der PvP-Folge hier noch im Never. Items haben wir ja jetzt mittlerweile dafür. Das ist also das ist einfach nur normale Waren, okay. Gut. Ja komm, ich gib mir den Block. Was sieht denn das aus beim Kloster und ähm, da hab ich noch was kommen wir hier noch, okay. So, ja, jetzt geht er ja hier auf jeden Fall schon ein bisschen was verloren. Gunpowder haben wir ein bisschen was. Niederlevels, okay weg damit. Es gibt auf jeden Fall bessere Stellen, wo man formen kann, ne. Das ist auch so. Wirklich so. It is real. Ja so, wir wollen. Eine bessere Stelle. Ähm. Achso, wo geht's denn jetzt hier Richtung Home? Fesseln. 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 Okay. Aber ich könnte mit meinem, mit meiner Dolly könnte ich theoretisch nochmal was anderes abformen. Genau, richtig das müsste ich mir. Ja weiß ich nicht ob ich das. Oh, halt, alter, alter, alter. Alter, 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 voll das Nest ey. Krass, 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 krass. Puh. Die Hölle hier, die fuckt mich ab, alter. Kann man die Dinger bekommen, man, alter. Ist das auch weg? Ja. Alter. Das ist aber scheiß. Okay. Gut. Ja, die Hölle, ne. Die ist gefährlich. Ja. Was soll man dazu sagen? Oh mein Gott. Da bin ich auch schon wieder fast runtergefallen. Ähm. Wir nehmen mal das hier raus. Okay. Dann haben wir jetzt hier wieder ein bisschen Platz. Um wieder ein bisschen was aufzunehmen. Alter. Ich höre schon wieder irgendwas. Ist das schon wieder ne Hummel? Also Unwohl. So. Wir hatten ja gesehen gehabt, dass wir halt aus einem. Oha, hier sind wir auch schon wieder Hummel. Das ist voll das Nest, Alter. Alter Falter, ey. Den anderen gibt's auch noch, alter. Okay, heftig, heftig, heftig. Okay, zack, zack, zack. So, wir gucken einfach nochmal weiter. Wo gehen? Ja, hier ist auch schon wieder ne Hummel, alter. Das ist eine abgefuckte Scheiße mit den Hummeln. Ah, ich geh lieber weg. Das ist jetzt hier sicherer. Komm, wir gehen lieber weg. Ähm. Hat schon gereicht, dass wir gestorben sind. Ähm. Ja. Dann müssen wir das hier nicht nochmal machen. Ähm. Oh, alter. Wettbekommen auch noch alle. Wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Quarz. Aber erstmal versuchen rein zu buddeln hier. Ah, scheiße. Ah, da hab ich, da hab ich, da hab ich schon, für das Quarz hab ich schon mal noch ein paar Kapazitäten. Das ist schön. Boah, das ist halt eigentlich vorwiegend halt wegen den Leveln. Ich wollte eigentlich mal ein, ja ich wollte zumindest ein Schwert wollte ich haben. Ah, 11 Level hab ich. Okay. So, wie viel haben wir? Okay, 44 davon. Okay. So, ich hoffe, dass ich, ich hoffe einfach mal, dass ich dann wirklich in der nächsten Folge, in der PvP Folge dann wirklich endgültig fertig werde mit, ähm, meinen Zielen, die ich da habe. Also, sprich halt mit der Monsterfarben, zumindest auf der kleinen Stufe, sagen wir es mal so. Kleine Stufe bedeutet halt eine Etage. Wollt allerdings halt auf jeden Fall noch eine zweite Etage halt auch noch machen. So, dann haben wir jetzt hier ganz viel Zeugs. Ähm, wir packen mal ein bisschen was davon raus. Okay. Aber es sieht soweit eigentlich, soweit schon mal ganz solide aus. Okay, wir werden... Wo geht's denn hier? Hier geht's in Richtung Home. Ah, hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Quarz. Schön. Oh, hier kommt wieder die große Spinne ane. Knockback bringt's hier bei der Spinne sogar. So, so Art und Weise. Na, die Hölle ist hier wirklich richtig, richtig gefährlich. Alter, da kommt eine große, ey. Alter, lasst mich doch einfach in Ruhe. Ja, ich weiß nicht, ob wir das mit den Leveln halt noch hinbekommen. 18 Level haben wir bisher. Okay, hier unten sieht's eher schlecht aus. Okay, hier haben wir auf jeden Fall eine schöne Quelle. Das ist wunderbar. Ähm, wir könnten noch was wegwerfen. Wir haben hier wirklich mehr Quarz. Quarz, 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 Quarz. Gib mir das Quarz. Ah gut, 16 Level haben wir bisher. Okay, das ist nicht, nicht ausreichend. Alter, okay. Boah, krass, Alter. Jetzt hab ich hier aber ganz schön rumgebackt, ey. Okay, gut, dann gehen wir uns halt mit den 16 Leveln erstmal zufrieden, oder? Wollen wir mal mehr. 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 Ich bin mir nur gerade nicht sicher, wo denn hier. Hier ist auch unten, okay. Ja, wir fliegen halt runter, alle. Ja, als Stadberg hatte eh fast keine Energie mehr. Okay. Ähm. Ja, dann ist das so. Da haben wir jetzt 16 Level. Können vielleicht gleich nochmal in den Letter gehen. Und noch ein bisschen farben. Und ähm. Ja, dann sieht das hier schon mal gut aus. So, und dann würde ich sagen, werden wir jetzt erstmal den... Ja, jetzt lag das hier natürlich erstmal. Das ist natürlich nicht so cool. Aber ja, das hat reagiert mittlerweile. Okay. Also geben das hier erstmal noch in die Bad Box. Okay, dann lädt das hier schon mal schön. Ja, das mit der Dolly hat nicht funktioniert. Das ist halt schon wieder aus, das ME-System. ME-System ist wieder aus. Also, das was ich halt an... Ja. Ich weiß nicht warum. Wir kamen... Sieben ist hier hinten aber... Diese Folge reif's ja aber auch. Ähm... Oder was meist du, Du? DÜ? Ja? Ja finer ist das... Dann reif's ja aus mir rein... Ja, genau zu Gott. Genau, dann reich'd das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dennne! Tschüss